Der Fitform Zen Pflegesessel ist ein elektrisch verstellbarer Sessel, der speziell für Menschen entwickelt wurde, die aufgrund einer neurologischen Störung unter Unruhezuständen leiden. In diesem kurzen Video erklären wir die wichtigsten Funktionen des Zen Pflegesessels. Die Bedienung des Sessels erfolgt mit Hilfe einer Handbedienung, die in der Seitentasche des Sessels auf bewahrt wird. Wie Sie sehen, verfügt die Handbedienung über drei Tasten. Mit den beiden Tasten nebeneinander können Sie den Sitz des Sessels nach hinten fahren, um so in eine Entspannungsposition zu gelangen und nach vorne fahren, um bequem und leicht aufzustehen. Der Nutzer kann den Sessel auch eigenhändig bedienen. Sie können den genauen Bewegungsablauf des Sessels an Ihre oder die Bedürfnisse des Benutzers anpassen. Wir nennen diese Abläufe Benutzerprofile. In der Gebrauchsanleitung werden die Bewegungen der vier verschiedenen Benutzerprofile erklärt. Wir haben nun das Benutzerprofil A eingestellt. Das beinhaltet eine maximale Kippung nach hinten, wie auch die Möglichkeit einer maximalen Aufstehposition. Die Benutzerprofile können einfach gewechselt werden. Drücken Sie hierfür gleichzeitig die beiden oberen Tasten. Der Sessel fährt in die Normalposition. Diese Funktion funktioniert nur, wenn keine Person im Sessel sitzt. Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis die LED-Lampe des gewünschten Profils aufleuchtet. Lassen Sie dann die Tasten los. Das Benutzerprofil wurde jetzt geändert. Die untere Taste auf der Handbedienung aktiviert die Slowmotion Schaukelbewegung des Sessels. Wird diese Taste gedrückt, fährt die Beinstütze aus. Der Sessel fährt in eine Entspannungsposition und die Schaukelbewegung startet. Diese Funktion funktioniert nur, wenn eine Person im Sessel sitzt. Die Geschwindigkeit der Schaukelbewegung kann verändert werden. Drücken Sie hierfür die Slowmotion-Taste gleichzeitig mit einer der beiden anderen Tasten, bis die LED-Lampe oberhalb der Slowmotion-Taste wechselt. Betätigen Sie danach erneut die Slowmotion-Taste, um die Funktion wieder zu aktivieren. Die meisten Nutzer empfinden die langsame Bewegung als komfortabler. Wir empfehlen daher, damit zu starten und die schnellere Bewegung erst zu nutzen, wenn es wünschenswert erscheint. Das Schaukeln stoppt automatisch nach 30 Minuten oder wenn Sie eine der Tasten drücken. Mit Hilfe eines speziellen Magnetschlüssels, den Sie auf der Rückseite der Rückenlehne hinter dem Reißverschluss finden, können Sie den Sennpflegesessel sehr einfach sperren und entsperren. Streichen Sie mit dem Magnetschlüssel mit einer sanften Bewegung von unten nach oben über die Handbedienung. Die LED-Lampe leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Sessel gesperrt ist. Es ist jetzt nicht mehr möglich, eine Bewegungsfunktion zu nutzen, ungeachtet in welcher Position der Sessel sich befindet. Um den Sennpflegesessel wieder zu entsperren, wiederholen Sie diesen Vorgang. Die LED-Lampe leuchtet nicht mehr und alle Funktionen stehen nun wieder zur Verfügung. Wenn der Sennpflegesessel mit einem Rollensystem ausgestattet ist, können Sie den Sessel einfach verrollen. Auf der Rückseite der Rückenlehne befindet sich ein Reißverschluss mit zwei Zippern. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Oberseite. In der Aufbewahrungstasche finden Sie einen Bügel, holen Sie diesen heraus und stecken Sie ihn in den Bügelhalter. Nachdem der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde, lässt sich der Sessel durch Herunterdrücken des Bügels sehr leicht bewegen. Wenn Sie die Beinstütze etwas ausfahren, kann der Sessel auch mit einer darin sitzenden Person bewegt werden. Der Sennpflegesessel kann mit verschiedenen hochwertigen Stoffen oder Ledermaterialien bezogen werden. Dieser Sessel verfügt über einen leicht zu reinigen Silvertex-Inkontinenzbezug. Dieser Bezug wurde darüber hinaus mit einer feuerfesten Beschichtung versehen. Für die Reinigung des Sennpflegesessels können Sie einfach ein Tuch mit Wasser und Seife benutzen. Hartnäckige Flecken können mit einer Kombination aus Wasser und Ammoniak, Wasser und Bleichmittel oder Wasser und reinem Alkohol entfernt werden.